Herzlich Willkommen im Beta-Haus. Wir haben uns überlegt, dass wir mal ein Beta-Bractice zusammen machen, zum Anlass der IFA, weil es hier im Finale liegt, dass hier Leute sitzen, die Headset zu verbrauchen und es ein Thema gibt, die Headset zu herstellen. Und das haben wir mal zusammen gemacht. Was ist das Produkt zu bekommen? Bei diesem Produkt war ich zuerst skeptisch, denn ich bin wahrscheinlich der stupfeste User, wenn es um technische Geräte zu benutzen. Aber dann habe ich mich überrascht, wie easy es ist. Es war eigentlich schneller, als wenn ich das Produkt hatte. Die Qualität der Sound und die Art und die Art und die Füße in den Eern ist unglaublich. Ich bin sehr beeindruckt. Ich wusste nicht, dass die Sound-Qualität funktioniert, aber es war. Das war's. Weil, wenn man es sieht, da ist ein Microphone. Wie funktioniert das? Du denkst, dass es nicht funktioniert, aber es funktioniert. Das war etwas, was mich wirklich mit meinen iPhone-Headphones verabschiedet hat. Ich denke, es ist ein schönes Telefon. Und ich werde weiter benutzen. Das ist warum wir diese smarter-working, smarter-living Idee haben. Das ist die gleiche Person. Du bist nur die verschiedenen Dinge. Du brauchst die gleichen Geräte, die Accessories und Equipmenten. Du bist nur die verschiedenen Dinge. Du hast einen sehr sozialen Raum in der Café. Und dann hast du mehr Formal-Office, hier. Und dann kind of chill-out areas, die du kannst. Ja, wir können Ihre Software auf Daten die Tschüss! Tschüss! As 가지 Gutes zum nächsten Mohammed Et 난 Untertitelung des ZDF, 2020